Hallo und herzlich willkommen bei Chrysalis Delicious. Ab heute starten wir mit dem Osterspecial. Das bedeutet, ich habe für euch jeden Sonntag eine neue Rezeptidee für eure Ostertage. Egal ob süß oder herzhaft, ich hoffe für jeden ist was dabei. Starten tun wir mit für mich so das aller aller, also was ich am schönsten finde an den ersten Ostertagen, sind für mich Pernikis. Das ist ein russisches Gebäck. Das besteht aus einem weichen, fluffigen Teig und der wird mit so einem Zuckerguss so übergossen oder bepinselt, eher gesagt. Und die kann man wunderbar vorbereiten, weil sie durch den Zuckerguss sich nämlich prima halten. Man kann sie einfach in den Gebäckdosen lagern und ich verbinde die mit Ostern. Ich meine, man kann die das ganze Jahr über Backen und Essen, aber bei uns gibt es die immer nur zu Ostern und deswegen hält sie sich auch so besonders. Und wir brauchen auch gar nicht so viele Zutaten und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit dem Teig. Für den Praniki-Teig benötigen wir einmal drei Becher Schmand, das sind also A200, also insgesamt 600 Gramm. Dann habe ich hier vier Eigelbe und das Eiweiß benötigen wir später, das auf jeden Fall aufheben. Dann habe ich hier 400 Gramm Zucker, dann benötigen wir dann nochmal ein bisschen Vanille, dann eine Messerspitze von diesem Hirschhornsalz, zwei Päckchen Backpulver und da habe ich jetzt das Hirschhornsalz schon dazu gemacht, wenn ich weiß, was das ist. Das ist ein Backtriebmittel, damit die nochmal ein bisschen besser aufgehen. Deswegen das noch hier rein. Wer das nicht hat oder nicht findet, der, also dann verwende ich einfach Natron. Dann haben wir hier noch ein Kilogramm Mehl, dann benötigen wir den Abrieb und den Saft der Zitrone und 250 Gramm Butter. So ihr Lieben, als allererstes verrühren wir nun alle flüssigen Zutaten. Das bedeutet, wir geben den Schmand in die Rührschüssel, dann die Eigelbe. Dann machen wir hier den Zucker hinein und jetzt tue ich auch schon mal den Abrieb von der Zitrone rein. Da übrigens wie immer am besten so halten, diese Reibe hier so nehmen, damit man dann direkt sieht, wo das weiße ist, weil wir ja nur die gelbe Außenschale haben wollen, denn in der weiße Teil, da sind die ganzen Bitteraromen drin und das wollen wir nicht in Teig haben. Wer keine Zitrone mag, kann die an dieser Stelle natürlich auch weglassen, aber ich finde mit dem Zitronen, mit dieser frischen Zitronenschale und dem Saft schmeckt das Ganze nochmal so ein bisschen frischer. So und jetzt drücken wir die Zitrone noch ein bisschen, damit die ein bisschen mehr Saft glänzt. Schneiden wir die einmal gerade in der Mitte durch, legen die hier in die Zitrospresse rein, mit der große Zitrone und pressen die einmal aus. Und so ausgepresst kriegt man die wirklich nicht ohne so eine richtig Presse. Und das geht ja auch ganz einfach und schnell. Also ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall, es ohne Presse zu haben. Ich musste nämlich selbst meinen Körper machen, als ich ihm demonstriert habe, wie einfach das geht und vor allen Dingen, was man alles daraus trifft. So, das Ganze verrühren wir jetzt erst einmal. Ohne Strom geht es natürlich nicht. Ich muss gerade nochmal kurz das Verlängerungskabel holen. So, das Ganze sieht schon super geschmeidig aus und schön cremig, also eigentlich eher wie so ein cremiger Teil. Da füge ich noch die Butter hinzu und die schlagen wir jetzt genauso cremig auf. Wisst ihr, was ich fast vergessen habe? Das Vanille reinzutun. Vanille ist natürlich das absolute Muss, ne? Sonst schmeckt das Ganze ja nicht. Wer dieses Vanillekonzentrat nicht hat, kann jetzt zwei Päckchen Vanillezucker reinmachen. Wobei ich finde, das ist halt einfach, Vanillezucker ist ja nur mit Aroma und nicht kein frisches. Da würde ich wahrscheinlich lieber Vanillepulver oder sowas reinmachen, wo ganze Vanillestückchen drin sind. Das verrühre ich nochmal ganz kurz. Und dann kommt schon das Mehl hin. Das Mehl habe ich im Übrigen auch schon vorher gesiebt. Wer das jetzt natürlich in dem Schritt macht, macht jetzt einfach hier. Siebt das Ganze da rein. Dann ist das Mehl nämlich nochmal ein bisschen feiner. Und jetzt wechseln wir zu dem Knethaken über. Ich habe jetzt übrigens extra die Kitchen-App genug, weil mit der Kitchen, wenn ich Rezepte in der Kitchen-App mache, kann das ja jeder nachmachen, der ein Handrührgerät hat. Dann würde ich das genauso erst mit dem, mit den Schneebesenteilen machen und danach rüber zu den Knethaken wechseln. Das stecken wir gerade mal an. Dann tue ich schon mal vorsichtig das Mehl hinein. Ich werde wieder nicht alles direkt reingeben. Und dann nochmal so nach und nach den größten Teil jetzt so. Und den Rest gebe ich dann so nach und nach von oben rein. Jetzt ganz wichtig immer erst auf der niedrigen Stufe anfangen, damit das nicht gleich alles hoch fliegt und hier alles voller Mehl ist. Und dann so nach und nach steigern. Ich musste in meinem Teig übrigens noch zusätzlich 300 Gramm Mehl geben. Er ist auch jetzt noch nicht ganz perfekt. Aber jetzt holen wir ihn raus und gucken mal, wenn ich so mache, klebt er nicht mehr. Aber im Ganzen ist er noch ziemlich klebrig. Das werden wir jetzt aber hier mit den Händen den Rest kneten. Ich hole ihn hier mal raus. Am besten benutzt ihr auch sowas, weil es klebt ziemlich stark. Weil genau hier muss man jetzt aufpassen, dass man auch nicht zu viel Mehl hinzugibt. Weil sonst wird der Teig nämlich wieder ziemlich fest und durch diesen Schmandteig ist ja schon so schön fluffig. Und das wollen wir natürlich auch beibehalten. Dann geben wir hier nochmal richtig Mehl drüber. Und dann kneten wir das Ganze nochmal. Ihr merkt, dass der anfängt zu kleben. Einfach nochmal Mehl drauf. So, ihr Lieben, jetzt so. Ihr seht, er klebt nicht mehr. Er ist aber relativ feucht. Aber das ist auch genau richtig so. Denn genau dann können wir die auch schön formen, dass die schön aussehen. Ich mache jetzt hier unten nochmal ein bisschen Mehl, damit der einfach hier unten gleich nicht anklebt. Ich lasse den hier zu so einer Kugel. Dann decke ich das Ganze mit einer Schüssel ab und wir lassen den jetzt ungefähr eine halbe Stunde ruhen. Wenn man länger Zeit hat, den Teig ruhen zu lassen, dann natürlich auch nochmal ein bisschen länger. Aber eine halbe Stunde ist auch völlig ausreichend. Bei mir ist jetzt sogar schon eine dreiviertel Stunde rum. Und jetzt geht es endlich an das Weiterverarbeiten. Weil das jetzt hier so viel Teig ist, werde ich den ganz einfach halbieren. Und den anderen Teil einfach in der Schüssel abdecken, damit der nicht austrocknet. Und jetzt klebt der auch gar nicht mehr. Seht ihr? Das ist perfekt. Den Backofen habe ich jetzt gerade schon mal angestellt auf 200 Grad Oberunterhälzer. Und jetzt werden wir das Ganze ausrollen. Dazu werde ich hier unten drunter nochmal leicht Mehl machen. Einfach nur, damit das nicht so dran kleben bleibt. Und dann rollt man die Pranikis fingerdick aus. Ja und was heißt jetzt fingerdick? Ich habe jetzt einfach mal, ich nehme jetzt mal hier diese Teighölzer. Also quasi 1 cm Stärke. Hier mache ich nur ganz bisschen drauf. Und dann rolle ich das einfach mit meinem Silikonausrollstab einmal hier aus. Mit den Teighölzern geht man dann auch nochmal sicher, dass alle gleich dick werden. Damit die dann auch alle schön gleichmäßig aussehen und auch gleich durchbacken. So. Und jetzt kann man die Dinger ausstechen, wie man mag. Also klassisch werden die rund ausgestochen. Da kann man sich dann ein Glas aussuchen, was man mag. Weil wir aber Ostern haben, habe ich hier Osterstürmchen. Also quasi ein Osterei. Also als Eiform. Und damit steche ich die jetzt einfach aus. Wichtig ist, egal wie ihr die ausstecht. So, seht ihr. Egal wie ihr die ausstecht. Man tut die direkt aufs Backblech. Und wichtig ist, dass man pro Backblech einfach die gleiche Größe hat. Damit die dann auch gleichmäßig alle durchbacken können. Und dann nicht der andere schon durch ist, der andere noch nicht fertig. Hier habe ich mir schon mein Backblech vorbereitet. Guck. Da legen wir das gleich direkt drauf. Wie ihr seht, ich habe jetzt schon mal ein Backblech fertig. Die wandern jetzt so im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für ungefähr 15 bis 20 Minuten. So, ihr Lieben. Die ersten sind schon mal abgekühlt, deswegen bereiten wir schon meine Guss. Und die anderen backe ich gerade nach und nach. Ich habe übrigens zwei Bleche jetzt oval gemacht und zwei Bleche in rund ausgestochen. Und ich glaube, es gibt sich auch nicht viel, weil manche gehen dann so und dehnen sich so ein bisschen anders aus. Und dann sehen die auch teilweise rund aus, obwohl die oval ausgestochen sind. Aber zum Beispiel das hier finde ich jetzt ganz süß aus. So, für den Guss benötigen wir einmal zwei Päckchen Puderzucker. Das sind quasi 250 Gramm zweimal, also 500 Gramm. Und Eiweiß. Das muss ich gerade mal kurz aus dem Kühlschrank zeigen. Das habe ich jetzt so lange kalt gelassen. Und dann... Oh, Entschuldigung. Also, wir benötigen das Eiweiß. Das tun wir in die Schüssel. Wichtig ist es, dass das jetzt alles fettfrei ist. Das heißt, der Schneebesen darf kein Fett mehr haben. Die Schüssel auch nicht, denn sonst wird das nichts mit dem Steif schlagen. Das heißt, hier tun wir die Eier von vorhin hin. Dann eine Prise Salz. Oder zwei. Und dann schlagen wir das Ganze erstmal steif. So, ihr seht, alles ist schön steif. Dann geben wir hier das Puderzucker hinzu. Ich mache jetzt hier nochmal ein ganz klein wenig Vanille rein. Nicht zu viel, das verändert ja sonst die Konsistenz. Und einen ganz kleinen Spritzer Zitrone, weil ich finde... Zitrone gibt den besten Geschmack. Das wird jetzt nochmal verrührt. Wieder erstmal auf der niedrigsten Stufe. Jetzt entferne ich das Rührelement. Also Zitrone macht sehr viel aus. Das würde ich nicht weglassen. Dann vermischen wir hier den Rand noch einmal. So, und dann hat das auch schon die perfekte Konsistenz. Damit können wir das Ganze dann schön bestreichen. So, ihr Lieben. Ich habe mir jetzt hier unter einfach dieses Backpapier nochmal genommen. Und hier das oben drüber gemacht. Damit, falls der Zuckerguss nach unten gehen sollte, wir den Tisch nicht einsauen. Dann nimmt man sich einfach so einen Pränik. Nimmt sich dann ein bisschen von der Klausur. Und pinselt das einfach so drauf. Also nicht zu dünn. Seht ihr, wenn man das dicker macht, dann gibt es keine Streifen. Dann legen wir den vorsichtig ab. Und wer mag, kann das Ganze dann nochmal mit irgendwelchen Deko-Zucker verzieren. Hier habe ich zum Beispiel ein paar Schmetterlinge. Die dann schon im nassen Zustand drauf machen. So, und das mache ich jetzt hier einfach mit allen. So, ihr Lieben. Ich bin jetzt endlich fertig. Im Hintergrund seht ihr, da habe ich, oder ich weiß nicht, ob ihr es seht, da habe ich auf jeden Fall auf dem Abkühlgitter noch die restlichen. Ich habe schon ein paar Bilderchen gemacht. Und ich habe auch, um ehrlich zu sein, schon probiert. Aber ich probiere natürlich dennoch nochmal für euch. Das ist ein Genuss. Und mit den Zuckerperlen habt ihr auch noch was, was auch noch schön knackig ist. Wenn ihr mir jetzt die Frage stellen würdet, was würdest du anders machen? Damit es euch ehrlich sagen, knickt. Denn geschmacklich kommt die Zitrone richtig gut im Plan. Die frischt das Ganze nochmal schön auf. Und das Vanillearoma ist auch so mild im Hintergrund. Und was auch richtig finde ich, also wirklich, das schmeckt auch wirklich besser, wenn man hier wirklich so ein bisschen ein paar Zuckerperlen drauf macht. Und abgesehen davon sehen die natürlich auch noch optisch noch ein bisschen süßer aus. Wenn da noch so ein paar Schmetterlinge sind. Meine absolute Lieblingskombi ist übrigens wirklich, wenn man hier so ein paar Schmetterlinge drauf macht und dann außenrum noch so ein paar Zuckerperlchen drauf. Die lockern nämlich das mit den Schmetterlingen auf. Wichtig ist, was ich euch noch sagen will, dass dieser Zuckerguss komplett trocknen muss. Erstens, wenn man die sonst anpackt, macht man Dellenrillen. Dann versaut man den ganzen Guss. Und wenn man die hier in solchen Keksdosen, das sind ganz normal, wichtig ist nur, dass die komplett luftdicht schließen. Da werde ich die alle, wenn die getrocknet sind, alle reintun. Und dann kann man die nach und nach nischen. Oder bis Wustern lassen, als wie man das will. Oder man kann die auch voll süß verpacken und verschenken. Also wenn man die so süß dekoriert, finde ich, freut man sich bestimmt, wenn man sowas bekommt. Ich hoffe, ihr macht das Rezept nach und schreibt mir, ob es euch geschmeckt hat. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Und seid gespannt auf dieses nächste Video. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.